Wir müssen mal über das Permakultur-Idol und den Agrarrebellen Sepp Holzer reden. Sehr hoch angesehen bei den Leuten und sein Buch Der Agrarrebell habe ich auch gelesen und fand da einige Sachen bewunderswert. Und in dem Buch steht auch drin, wie er seine Bäume pflegt. Und zwar gar nicht. In dem Buch gibt er die Empfehlung, dass man seine Obstbäume nicht schneiden sollte, weil er diese als unnatürlich erachtet und der Baum und die Natur einen natürlichen Mechanismus hat. Das heißt, wenn der Baum anfängt, sehr viele Früchte zu tragen, dann biegen sich irgendwann die Fruchtäste durch die Last nach unten. Diese nach unten gebogene Äste sieht er auch als einen wunderbaren Schutz vor Wild, dass die jetzt zum Beispiel den Stamm nicht anknabbern, sondern halt hier diese Äste. Und da meint er, dass es halt, wenn jetzt Rehe oder Hasen kommen und diese Triebe anknabbern, die halt einfach dafür sorgen, dass der Baum von alleine vitalisiert wird. Das lesen jetzt einige Menschen und sind dann sehr begeistert, dass man dann doch nicht in die Natur eingreifen muss. Und besonders in Permakulturbereichen ist es ja sehr beliebt, sich von der Natur fernzuhalten und einfach sie walten und machen zu lassen. Aber genau hier ist dann der Fehler. Denn es ist sehr wichtig, seine Bäume zu schneiden, um sie gesund, fit zu halten und einen guten Ertrag zu bekommen. Aber warum ist denn das überhaupt so? Mit dem Baumschnitt möchten wir ein gesundes Gleichgewicht schaffen zwischen Wachstum und Frucht. Zum Beispiel können wir mit dem Baumschnitt dafür sorgen, dass gut Licht in die Krone und in den Baum allgemein kommt, wodurch auch die Früchte besser davon profitieren, die größer werden und dann auch süßer. Auch bekommen die Äste und der Stamm Licht und auch Wind, wodurch auch ihre Vitalität gewährleistet wird und sich dann jetzt nicht zum Beispiel Pilzkrankheiten ansiedeln. Wenn wir komplett aufhören, unseren Baum zu schneiden, dann fängt an zu vergreisen und wird dann irgendwann gar keine Früchte mehr bilden. Und ich denke, die meisten, wenn jetzt nicht irgendwo in einem Gebiet oder in einer Region wohnen, in der jetzt dann die Rehe und die Hasen in Schaden kommen und die alten Triebe wegknabbern, sondern ich denke mir, die meisten pflanzen hier im Hausgarten an oder wohnen in der Nähe von einem Wohngebiet, haben einen Strebergarten, wo sich die Rehe vielleicht eher weniger trauen. Und selbst bei mir hier in der Region haben wir Obstbäume, die jetzt mehr zu einem Forst gesetzt sind, wo wir auch Rehe haben. Und selbst die Bäume müssen geschnitten werden, beziehungsweise sollten geschnitten und verjüngt werden, damit die Bäume wieder vital sind. Mit dem Baumschnitt können wir auch das Wachstum des Baumes beeinflussen. Zum Beispiel, wenn wir einen Winterschnitt machen, dann sorgen wir dafür, dass der Baum dann einen stärkeren Austrieb haben. Vor allem, wenn wir jetzt zu klein oder feinfühlig schneiden, zum Beispiel jeden Ast anschneiden, dann regeln wir immer mehr das Wachstum des Baumes an. Das ist deshalb sehr wichtig, wenn wir einen Winterschnitt machen, halt mit so wenig Schnitten wie möglich das Bestmögliche rausholen, um halt Licht in den Baum zum Beispiel zu bekommen. Fangen wir zum Beispiel nach der Ernte an, also einen klassischen Sommerschnitt zu machen, dann hemmen wir das Wachstum des Baumes und gehen dann mehr auch in die Fruchtqualität rein. Von Natur aus ist der Baum auch dazu geneigt, in Richtung Sonne zu wachsen und dort, wo halt dann auch die meisten Blätter sind und der Trieb auch am steilsten sozusagen ist, da wird auch der meiste Fluss hingehen, also Pflanzenfluss. Da wird dieser Ast am meisten mit Nährstoffen versorgt und dann werden sich da am Anfang gute Früchte bilden und die Äste, die sich dann nach unten hängen, die bekommen wir dann immer weniger davon ab. Das können wir uns auch natürlich zunutze machen, wenn wir unseren Baum klein halten wollen, dass wir den, wenn wir einen steilen Ast haben, dass wir den abschneiden und ableiten an einem etwas flacheren, wachsenden Ast. So können wir je nach Situation und unseren Gegebenheiten den Baum in seinem Wachstum und auch in seiner Fruchtqualität beeinflussen. Wir können ihn sogar bis zum Tod bringen, wenn wir halt sehr viele Schnittfehler machen, die sehr gravierend sind. Zum Beispiel oben einfach alles kurz und klein hacken, damit er klein bleibt. Dann hast du ihn einfach waagrecht durchgeschnitten. Vielleicht war es ja wirklich nur ihre Fantasie. Schon in der Kultivierungszeit des jungen Baumes ist es sehr wichtig, einen Schnitt zu machen und auch auf die Statik zu achten. Zum Beispiel mit drei bis vier Leitäste, damit der Baum eine gewisse Struktur hat und auch zum Beispiel bei stärkeren Windeln stehen bleibt. Und mit der richtigen und guten Statik der Baum seine Äste nicht abbricht und deshalb wieder große Wunden entstehen. Das Wachstum schon in der Blütezeit erkennen und beeinflussen, dass man auch hier schon Blüten rausbricht, damit man auch den Baum beeinflusst, wo er dann die nächsten Triebe raussetzt. Also als Beispiel, wenn die Blüten schon zum Beispiel nach innen gerichtet sind, dass man diese Blüten rausbricht, damit sich halt da kein Trieb in Richtung, in die Mitte des Baumes bildet. Und in den Anfangsjahren ist es auch sowieso gut, vielleicht mehr Blüten und auch alle rauszubrechen, damit der Baum mehr Kraft und das Wachstum erstmal steckt. Auch wenn es schön ist, wenn man schon die ersten Früchte gleich am Anfang bekommt. Aber einfach mal ein bisschen geduldig sein, die rausbrechen, ein paar Jahre mehr auf die ersten kleinen Früchte verzichten, dann auch später mehr ernähren. Sowohl falsch geschnittene als auch nicht geschnittene Obstbäume bekommen mit der Zeit immer weniger bis gar kein Obst mehr. Und diese runtergebogenen Äste haben auch keine gewisse Statik mehr und das heißt, dass auch dann durch die Fruchtlast, wenn dann zu viele Früchte dran sind, der Ast brechen könnte. Zumal auch die Qualität der Früchte auch immer minderwertiger wird. Tastes like cigarette butts.